Wenn du dich auf die Suche machst, herauszufinden, was ist das wirkliche Problem, das du lösen musst, musst du ja fragen, okay, warum ärgern sich die Schüler? Naja, weil die Infos nicht übertragen werden. Warum werden die Infos nicht übertragen? Ja, weil der Lehrer gemein oder fies ist oder es nicht kommunizieren will. Das stimmt gar nicht. Und als blauäugiger Schüler denkst du natürlich, irgendwie der Lehrer ist das Problem. Das ist aber gar nicht die Wahrheit. Weil wenn du dann der Sache auf den Grund gehst und mit Lehrern redest, versuchst zu verstehen, wie muss die Software funktionieren, dass sie sich auch damit wohlfühlen, dann lernst du ganz viel darüber, dass auch vieles der Technologie den Lehrern gar nicht so zur Verfügung steht. Dass der Lehrer nicht aus Böswillen nicht kommuniziert, dass die erste Stunde ausfällt, sondern einfach, weil die Software oder die Infos ihm selber fehlen. Und somit mussten wir dann ein, zwei Schippen tiefer graben, um herauszufinden, okay, das Problem ist die Technologie und die muss funktionieren für Schüler und für Lehrer. Und gar nicht der Lehrer, der Böse ist, dass es nicht kommuniziert.